Also seine Basis ist die Familie. Seine Frau hat eine ganz tolle Frau, hat ganz liebe Kinder und seine Heimat hier die Pfalz, Frankenthal. Er ist geerdet. Er ist Pfälzer. Er ist sehr gewissenhaft, er ist sehr familienorientiert. Wo immer, ich glaube jedes Wochenende zur Oma. Also ich weiß, er hat mir mal erzählt, er macht so Praktika auch im Altenheim. Also er geht so nah an die Menschen dran. Uns wirklich mal leibhaftig mitgemacht zu haben, das finde ich super. Das ist unglaublich, was der Mann alles in einen Tag reinpackt. Es ist tatsächlich so, aber wenn es darauf ankommt, dann ist er einfach da. Man möchte ihn zum Freund haben, weil er eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Leben und gegenüber der Zukunft hat. Immer gut gelaunt, ehrlich, immer ein offenes Ohr. Er ist keiner, der von sich aus vorbricht, sondern er versucht von vornherein eine Mannschaft zu mobilisieren und die Mannschaft auch mitzuziehen. Der Geistesbrüder findest du überall und die kommen aus ganz verschiedenen Lager und man nicht mit anderen auseinandersetzt. Das ist doch irgendwo im Kreis. Ich glaube, dass ein neues Gesicht jetzt einfach für Rheinland-Pfalz wichtig ist. Äußerst engagiert, immer unterwegs, immer bei den Leuten vor Ort. Also ich würde einfach sagen, er macht, was zu tun ist. Konzentriert gucken, Problemlösungen machen. Und das ist eine besondere Fähigkeit für jemanden, der große politische Verantwortung übernehmen soll. Dass er die Schwierigkeiten nicht verkennt, dass er sie aber angeht mit der Entschlossenheit, sie zu lösen. Und das ist eine besondere Fähigkeit für jemanden.